Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. Zwei bis fünf Tage frei. Ja, heute befinden wir uns im Behandlungsraum unserer Physiotherapeuten, sind die geilsten Physiotherapeuten der Welt. Zum einen Tino Mayer und zum anderen Philipp Rix. Herzlich willkommen bei FCM TV. Ja, wir wollen einfach mal eure Tätigkeiten so ein bisschen beleuchten, euch vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen. Tino, vielleicht die erste Frage an dich. Vergleich doch einfach mal so einen Arbeitsalltag hier im Trainingslager mit dem gewöhnlichen Arbeitsalltag in Magdeburg. Wie sieht es da aus? Was gibt es für Unterschiede? Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Das können wir ja gleich zurückgeben. Ihr macht eure Arbeit hervorragend. Man kann das immer nicht so groß herausstellen, aber wir sind ein ganz, ganz kleines Team, das wisst ihr selber. Und ich finde es ganz cool, dass wir uns da so harmonisch ergänzen können. Jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Ja, der Tag ist natürlich deutlich länger hierher. Wir stehen um 37 Uhr auf, gehen zum Frühstück, die Jungs machen vorher Sport. Ja, und dann beginnt unser Arbeitsalltag, der schon deutlich länger ist als im Magdeburg. Wir begleiten auch im Magdeburg die Trainingseinheiten, aber hier trainieren wir jeden Tag zweimal. Sind immer am Platz, vor den Trainingseinheiten, nach den Trainingseinheiten für die Jungs da. Und da gibt es auch nicht so groß vorgeschriebene Behandlungspläne. Wir versuchen, jede Behandlung möglich zu machen, die die Jungs wollen. Und ja, ich glaube, das funktioniert so ganz gut. Du sprichst es schon an, ihr seid auch immer dabei am Platz, wenn trainiert wird, wenn gespielt wird. Was gibt es da für schnell Behandlungsmethoden? Warum seid ihr da direkt vor Ort? Ja, also die Akutversorgung ist die wichtigste Versorgung im Leistungssport. Da zählt eigentlich beim klassischen Sprunglängstrauma, wenn wir das zum Beispiel von vorgestern von Eli nehmen, da zählt fast jede Minute, um die Einblutung zu verhindern. Und das haben wir Gott sei Dank auch gut wieder hinbekommen. Und deswegen ist es wichtig und darum, jeder Trainer legt da höchsten Wert drauf. Philipp, dann blicken wir mal auch zu dir rüber. Philipp, wir haben einen großen Kader mit 25, 26 Spielern, sind mit in dem Dreh. Okay, ja, es gab auch schon erste kleinere Einschläge zu verzeichnen. Die Spieler, die haben jeder ihre individuellen Bedürfnisse, was die Behandlung angeht. Wie regelt man das da? Ihr seid zu zweit. Wie kriegt man da alle unter einen Hut? Gibt es da eine Reihenfolge oder wie regelt ihr das, dass jeder wirklich mal rankommt? Also in erster Linie ist es eigentlich so, dass die Jungs auf uns zukommen. Also entweder sprechen sie mich an oder Tino oder schreiben uns halt eine Nachricht. Vereinzelt suchen wir uns halt auch mal ein, zwei Spieler raus, die halt eine hohe Belastung haben, die sonst nicht so oft zur Behandlung gehen, denn das ist das, dass wir die halt auch mal mit rausnehmen und die behandeln, dass sie halt alle, wir versuchen alle so möglichst zwei bis drei Mal, dass wir die auf der Liege haben. Was sind denn die häufigsten Beschwerden? Wo drückt der Schuh am meisten? Wo wird da gequengelt, wenn die Jungs bei euch anklopfen? Also jetzt gerade im Trainingslager ist ja die Belastung schon höher als sonst unter der Woche. Und da ist jetzt halt vereinzelt vorne und hinten der hintere Oberschenkel und die Waden, dass die zumachen, dass die Jungs dort gelockert werden wollen. Ja, Charles Elida Provot und Tarek Csarheit sind ja zwei Kandidaten, die schon ein bisschen angeschlagen sind. Wie wird mit denen verfahren? Was macht ihr mit denen? Ziel ist immer, die beiden Spieler so schnell wie möglich wieder zu integrieren. Da sind wir im stetigen Austausch mit unserem Athletiktrainer Dirk Kelloggs Keller. Ja, und die beiden waren heute schon wieder locker im Training, heute war Regenerationseinheit, aber sind da ganz froh, dass sie wieder heute mitmachen konnten. Und jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht. Wir gucken von Tag zu Tag eigentlich und versuchen die Belastung gut zu steigern, sagen wir mal so. Du sprichst schon wieder das nächste Thema an, der Austausch zum Trainerteam, speziell zum Fitness- und Reha-Coach Dirk Keller. Aber ansonsten ist man ja, glaube ich, auch mit dem anderen Trainer im Austausch, mit dem Cheftrainer, mit den Co-Trainern. Wie sieht es da aus? Kommen die häufig auf euch zu und fragen euch Dinge, wie es gewissen Spielern geht? Oder ist da so ein genereller Austausch, der tagtäglich vorgenommen wird? Na ja, der Austausch findet eigentlich jeden Tag statt, weil die Trainer ja auch wissen wollen, wie sie das Training jeweils gestalten können, wie viele Spieler halt fit sind, und wer welchen Part mitmachen kann. Und deswegen findet da regelmäßig ein Austausch mit allen eigentlich statt. Vielen Dank von unserer Seite an euch beiden. Dann wünschen wir euch noch eine weiterhin angenehme Woche. Und ja, danke schön. Mein Schuh drückt übrigens nicht. Schönes Schlusswort. Macht's gut. Dankeschön.